Ja hallo und willkommen zurück. Wir sind gerade mitten auf einer Expedition. Oh, sie fallen die... Jetzt können wir die Tür aufbrechen. Dieses Geschäft ist noch gut erhalten. Mal sehen, was sich dort alles findet. Mit bloßen Händen bekommen wir die Tür nicht auf. Wir müssen sie aufbrechen. Echt? Hab ich schon. Ich seh mir das an. Auf geht's. Wir müssen auch noch irgendwie rein. Unterwegs. Die Tür auf. Äh, versuchte... Okay. Wäre cool, wenn man so eine Taste hätte, um zu zeigen, was noch nicht so... Gesamtfortschritt Apotheke... Ah, okay. Äh... Das, 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 das... Das... Expedition wenden. Fast-Final. Motor läuft. Nicht hinhalten. Verstehen. Okay, da ist Kartenende. Mh... Auf geht's. Mach mal. Mach mal bitte hier hin. Bin unterwegs. Der Pass-Final hat mir echt zu wenig Platz. Auf geht's. Unsere Nahrung wird knapp. Wenn sich nichts ändert, müssen wir hungern. Wir... Ja. Aber jetzt nicht. Hier liegt ganz schön viel Schrott herum. Wir finden bestimmt noch brauchbare Dinge. Auf geht's. Mh... Ja, mach auf. Früher hat man Kraftstoff aus dem Hahn in das eigene Fahrzeug gefüllt. Man musste nur anhalten, tanken und dann weiterfahren. Es heißt, dass es kurz nach der Katastrophe an den Tankstellen den größten Kampf um das letzte Benzin gab. Und wir haben quasi endlos... Dieser Lieferwagen ist verschlossen. Mit den richtigen Mitteln bekommen wir ihn sicher auf. Auf geht's. Vielleicht für mich ein Generator. Aha. Unterwegs. Eine wirklich schöne Pflanze. Wir müssten... Ein echter Glücksfund. Diese Art Pflanzensamen ist uns unbekannt. Wir werden sie mitnehmen. Oh, Kartoffeln. Unterwegs. Kartoschkis. Bin unterwegs. Kann ich nicht. Mach ich. Muss ja nur rüber. Dann bin ich auch fertig. Kann ich hier noch irgendwas machen? Nee. Hier, wir bringen die Kartoffeln nach Hause. Passfinder. Kommen sie. Kommen sie. Kommen sie. Kommen sie. Kommen sie. Kommen sie. Oh mein Gott. Ich bin am steuern. so warum geht es denn da ey was soll ich noch alles bauen und finden und machen ist das so exorbitant minus 3 bauen 6 ah man müsste es echt hätte es echt anders planen müssen ich brauche Werkzeuge ich bin noch zum Stadtzentrum ja sowas muss man anders planen ah Mailand hmm kann man dich nicht einfach verlegen ah ist nicht geil Moment ähm ändern wir Abriss Abriss Neue Anweisung so ich reise mal auch ab so wir müssen das jetzt anders planen okay wenn wir jetzt sagen wir bauen jetzt hier eine Fischerei hast du was anderes in der Nähe ja äh ist eh nach vorne tak dann bauen wir jetzt einmal Wasser nebenbei so euch reißen wir ab euch reißen wir auch ab das ist erstmal nicht schlimm gut ähm ich hoffe es gibt jetzt kein Ärger wenn ich jetzt hier nochmal Wasser hinbaue Wasser glaube ich habe nicht das Problem wenn ein Gebäude annehmen ist nein Fischerei denn ist Fischerei weit weg müssen die Flüge wieder abreißen naja wir optimieren das jetzt erstmal dass wir möglichst viel rausholen oh du hast nichts in der Ecke das produzieren wir jetzt nicht zu viel aber jetzt Kräfte brauche ich nicht Wasser das ist okay Nahrung wie sieht es aus mit den Straßen so zack ich möchte dich gerne abreißen dafür einen Fischerei Dienst hinsetzen wir haben jetzt einmal Minuswasser was ist denn hier los alles klar okay das hätten wir können wir die Farm jetzt schon mal bauen wir brauchen Holz wenn wir jetzt aber sagen wir bauen das zugleiches Gebäude in der Nähe ab wann kann ich dich hinsetzen ab hier hier haben wir ein gleiches Gebäude in der Nähe ein gleiches wir müssen am Straßennetz dran okay ich möchte gerne eine Farm 44 oder 44 ne ich hab nicht 44 Holz Kohle können wir abbauen Passfinder wie soll ich das das alles in den Passfinder reinkriegen holen soll's gehen verlegen ja voll hmm okay 50 Holz hier sind Werkzeuge ähm Kohstoffe plus eine Baumschule wir überfischen voll den See ne okay zack zack wir bräuchten jetzt noch ein Lagerhaus im Umkreis was ist kosmisch ja es funktioniert noch nicht ganz ich denke mal hier wenn wir noch ein Lagerhaus bauen wir werden jetzt zwei Lagerhäuser bauen einmal für Nahrung und einmal für Goodies das verbinden wir alles schon mit einer Straße zack toll hier Holz kommt aus dem Arsch wüsste man echt die Arbeiter haben wir drei über äh wenn wir jetzt sagen wir bauen jetzt noch eine Baumschule wir haben halt überall einen das kostet mich jetzt so ein so ein Haus nochmal zwei Häuser ja die wollen mehr Nahrung haben klar keine Frage mehr Wasser keine Frage Fischerei eine Fischerei haben wir ja noch zu diesen ist das hier ernsthaft du bist Holzfällerhütte du machst sowieso diesen Bereich zwei ja ja alles gut zack wir hauen jetzt hier nochmal eine Baumschule ja reicht nicht ganz und zwar werden wir diesen Bereich Baumschulisieren Wasser braucht der denn ok werden wir jetzt mal mit dem Pass Feiner nochmal eine Runde drehen kommen wir noch nicht hin waren wir hier alles klar ok 15 von diesen Dingern das würde mir echt das würde mich echt ein bisschen voranbringen aber dann könnte ich auch noch andere Sachen ich muss diese Dinger einfach auch herstellen auf diesem Gelände befinden sich Unmengen an Schrott das Tor ist fest verriegelt ohne die elektronische Steuerung das Tor ist fest verriegelt ohne die elektronische Steuerung zu aktivieren werden wir es nicht öffnen können los geht's immer noch da mein Kumpel wir werden hier einen Weg finden rein das nehmen wir besser mal wieder mit auf geht's ok Gott aber ich komme hier wahrscheinlich hoch leid an Klauen ah komme ich hier noch irgendwie runter ne ich muss wahrscheinlich hier muss ich hier reinkriechen oh geil Torsteuerung auf dieser Seite ist kaputt in der anderen Halle gibt es eine intakte Steuerung mit der können wir die Tore öffnen unterwegs oh ich möchte haben dieses Auto geh mal hin kann ich da was ausbauen das hat geklappt gut kannst du das aufmachen wird's erledigt hier ist eine Axt die können wir vielleicht noch gebrauchen das definitiv was haben wir jetzt hier wird's erledigt gibt's Sprit naja bin unterwegs ähm krieg ich die Tür auf mit bloßen Händen bekommen wir die Tür nicht auf wir müssen sie aufbrechen sieht interessant aus oh es füllt sich mach ich hier noch irgendwas was wir mitnehmen können einen Generator oder sowas wir haben eine Tür boah das macht voll Bock dieses Erkunden ja komm sie auf geht's manchmal triggert die Steuerung nicht so ganz ok auf geht's mache ich diese Steuereinheit braucht Strom um diese Steuereinheit braucht Strom um zu funktionieren hm ich brauche mal einen Generator los geht's wie komme ich an einen Generator run ich seh mir das an da 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 bin unterwegs aha ok moment äh komm mal bitte runter wird's erledigt gibt's hier noch irgendwas ne bin unterwegs ich habe einen Generator ich seh mir das an hier ist so viel Zeug ich will haben 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 diese Steuereinheit der Generator läuft und liefert Strom wird erledigt die kann ich wieder einsammeln das ist ok die Leiter nehme ich auf jeden Fall mit geschafft die Torsteuerung auf dieser Seite ist kaputt in der anderen Halle gibt es eine intakte Steuerung mit der können wir die Tore öffnen öffnen wir die Tore wenn wir jetzt das Ding die Tore öffnen können wir denn auch geschafft die Tore sind offen nun können unsere Fahrzeuge hierher kommen und den Schrott einladen vielleicht finden wir ja noch etwas anderes außer Schrott auf dem Gelände wir sollten uns einmal umsehen oh Wissenspunkte halten also die Leiter nehme ich auf jeden Fall mit oh die Leiter nehme ich auf jeden Fall mit da komme ich in die Tankstelle rein sieht interessant aus nächstes ist die Sache wie komme ich da gar nicht hin aha ah ok was ist wenn ich jetzt sage ich nehme die Leiter mit und den Generator ne den Generator den Generator den Generator den Brot brauche ich erstmal nicht kann ich den so mitnehmen das nehmen wir besser mal wieder mit unterwegs die Leiter ich kann das so reinschmeißen los geht's es bleibt erhalten hier gibt es noch irgendwas zu erkunden das da das nehmen wir besser mal wieder mit los geht's ich kann das so in den Pathfinder schmeißen ich finde das ein bisschen schwer zu erkennen was man noch lündern kann und was nicht ich nehme das mit das ist echt ein bisschen schwer das ist echt schwer zu sehen ich habe noch 10% hier was ich noch plündern kann irgendwie mit irgendwas ich finde es nicht ich komme noch mal wieder das ist eigentlich mein Pathfinder ist ja da ähm richtig ähm das brauche ich auf jeden Fall ja das Wasser Stahl das ist eigentlich mir zu viel Sport zum Wenden bin am Steuer müssen erstmal Platz schaffen verstanden ich wollte noch ein Fahrzeug das will ich erstmal können ich produzieren Wasser nicht viel aber wir produzieren Wasser sehr gut können wir jetzt auch mehr davon wir haben jetzt hier auch wo eine Tankstelle gehabt wenn wir jetzt mal ganz schnell hineiern hier da ist noch ein Buggy drin können wir uns den Wagen runterholen in der Garage steht ein umgebauter Buggy den sollten wir uns genauer anschauen am besten wir versuchen irgendwie die Hebebühne diese Steuerein der Generator läuft und liefert Strom das hat geklappt geil bin unterwegs so was gibt es jetzt hier noch irgendwas ist hier noch ganz erforscht bin unterwegs kann man hier noch irgendwas sehen die Matratze wurde eine Weile nicht genutzt aber wer immer hier an seinen Autos geschraubt hat hat hier auch eine Zeit lang gelebt ganz schön einsam hier draußen nicht mehr anzeigen lassen was hier noch ist Müllcontainer ah gibt auch so eine Taste bin dabei ich kann den Buggy mitnehmen das packe ich ein boah nehme ich den Generator wieder mit das nehmen wir besser mal wieder mit ja das würde ich auch sagen so neue Technologie verfügbar ähm Motor läuft kurz noch da verstanden so bist du hier langsam out of order höh schrott wo ist mein schrottsammler schrottplatz damit geht diese Produktion glaube ich auch wieder hoch was brauchen wir jetzt eigentlich nochmal hier für 15 haben tun wir 10 motor läuft ein versteh nicht wie ich das ja guck mal ich kann Wasser Nahrung Holz dort Dorf Werkzeuge Erwachsene kann einfach Erwachsene nämlich reinpacken ok habe ich Wasser so in Ausfall Wasser Stopp Gas Ah ich muss einmal schrottlos werden ja das kümmern verstanden siehst du wir haben ja Schrottsammler ich sehe gleich wie mein Schrott los wird aber das werden wir in der nächsten Folge machen bis dahin ciao